So, da werden wir die dritte Runde Da wären wir in der dritten Runde, fragen wir mal nach dein Level, welche Levels die eigentlich so sind 28er und sowas, also so wie ich jetzt hab, in dem hohen, findet man eigentlich selten, wenn man... Ich hab Playnau gedrückt, äh Aber die findet man nicht mehr so oft Wie, ich hab den nicht gebrochen mit so paar Arschen Also ihr könnt es ja jetzt heute gerne nochmal zurückspulen und nochmal anschauen, aber ich hab den doch hundertprozentig angesiedelt gehabt Vielleicht ein bisschen minimal drüber oder nicht direkt im Kreis, aber trotzdem, Alter, ich hab den doch voll erwischt Wo ist er denn überhaupt? Verarscht mich doch, Mann Da ist ein Aus, das denke ich nicht Das ist hier gleich wieder gemacht Soll ich jetzt mich verarschen? Hat der Wallhacker oder so, Mann, das gibt's doch nicht Fehler, ey Da schießt wieder irgend so ein... mit so ein Gate Mit deiner Gate-Platten Mit deiner Gate-Platten So, jetzt aber Ich steig mal kurz raus Naja, okay, hier sind's alle weg Zwar wurde ich jetzt auch gemacht, aber... Nicht so Naja, ich sag mal's mal so Ich steh genau bei nem Tank Ich hab Schiss da, jetzt hat so der Infanteria reinzugehen, weil das sind so viele Vanille Seh da Naja, ich hab mich erwischt Naja, ich hab mich erwischt Ich will nicht so nah an die Reine gehen. Es gibt's doch nicht mehr. Lass mich jetzt hier mal reparieren, Bevogel. Da ist noch einer von denen. Hallo, Wokals. Das ist der größte Ten-Move in der Ground hier auf BZW auf dem Server. Der kommt hier ja die ganze Zeit nur. Achso, von allen Kills, die der Micha an mir gemacht hat, waren alle bisher mit dem Tank. Wenn man seinen Namen irgendwo sieht, weiß man, Vorsicht, da ist ein Tank. Naja, okay, hier jetzt nicht. Da ist... Down bin ich. Ich renne da so nah ran mit der Pistole. Ich hätte ihn jetzt ganz einfach messern können. Naja, haben wir Tank oder so? Nehmen wir nicht, oder? Nein. Ich hab Angst, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Ich mach's einfach mal. Nein, ich lad nach. Ich hätte gedacht, ich treffte noch. Scheiße. Na, dann halt. So, und jetzt ist der nächste dran. Wenn ich wüsste, wo. Willst du mich verarschen? Ah! Okay. Ja, und du bist ein Spiel. Noob. Ein Sichtbarkeitsfehler. Ja. Ja, und ich mach dich immer Dinge. Ich mach mich immer unsichtbar. Und... Nicht immer... Still. Darf er aber jetzt. Und doch nicht. Immer so aus 5 Metern snipen kann ich auch. Ja, ich höre die Deutsch und... Vogel, ey. Du mich auch, Junge. Ach, das sind diese komischen Dinger da. Ich hab gedacht, da hat irgend so'n Ding ans. Irgendein Typ sein LX-Zeren gehabt. Du Mist. Du Mist. Ich feuer auf das Teil. Jetzt fick dich da halt ohne. Du Mist. Danke. Ach, das gibt's doch nett, Mann. Pick aus. Nein, nein, nein. Noob. Ja, der ist so halb unsichtbar irgendwie. Das Spiel ist doch echt so verdammt, Mann. Das Spiel ist doch echt so verdammt, Mann. so gratis Spiele, die du irgendwo mal downloaden kannst, sondern zock mal nicht die hier Games, dann weißt du wie so. Also ich selber spiele ja Battlefield Heroes eigentlich nur, wenn ich entweder bei Battlefield Bad Comedy 2 gerade voll scheiße bin, oder weil mir langweilig ist. Ja okay, ich will jetzt hier nicht Battlefield Heroes beleidigen. Mensch ey, ich mache ihn hier frei von irgendwelchen Unsichtbarkeitsscheiße, von irgendwelchen Unsichtbarkeitsscheiße und du küsst ihn ja nichts. Also ich bin ja schon ein Fan von Entfernungs-Snipern, aber so hier bei dem Haus jetzt zum Beispiel, aber so davon, naja. Da ist der Kopf kleiner als mein Fadenkreuz. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich als letzter sterben. Bitte? Ich wurde jetzt gerade von dem gekillt. Willst du mich verarschen? Oh man. Na egal, mal weiterschauen. So, nicht mal mehr. Doch, 990 Punkte fehlen noch. Gute 990. Naja, also bis gleich in der vierten Runde. Und next map zum Glück.